Ja, hallo, mein Name ist Thomas Schmidt. Ich melde mich hier aus SPA, aus dem Zentrum Dialog. Das ist eine Schule, die sich in der Nähe von SPA befindet. Und ich kann diese Schule nur empfehlen. Das ist also ein sehr, sehr interessantes Konzept, das also so funktioniert, dass also die Stunden immer alleine mit einem Lehrer stattfinden, und zwar jeweils zwei Einheiten in der Früh und zwei Einheiten am Nachmittag, und zwar zugeschnitten jeweils auf die Bedürfnisse des Schülers. Also bei mir war das beispielsweise so, dass für mich das Verständnis des Französischen im Fernsehen im Mittelpunkt stand, und diesbezüglich wurde mir also ein ganz eigenes Konzept maßgeschneidert nach meinen Bedürfnissen hergestellt. Das ist eine wirklich spannende Art, Französisch zu lernen. Gleichzeitig lebt man bei einer Familie hier in Belgien, und zwar bei Jean-Luc und bei Claudine, zwei sehr herzliche Belgier, die einen sehr, sehr freundlich empfangen. Gleichzeitig ist es hier so, dass man immer nur mindestens oder maximal vier Schüler oder vier Studenten beherbergen kann, was bedeutet, dass also das Ganze sehr privat ist. Das ist sehr sympathisch. Am Nachmittag hat man Zeit, die wunderschöne Wallonie zu genießen, man kann laufen gehen, und gleichzeitig gibt es hier eine riesengroße Bibliothek mit sehr, sehr vielen DVDs. Ich glaube, die haben mehr als 200 oder 300 hier, mit allen französischen Klassikern, Material, Bücher, was man will. Man kann hier laufen gehen, Tennis spielen, also es gibt sehr, sehr viele Sachen. Ich kann diese Schule nur empfehlen. Man macht sehr viel Fortschritt in sehr kurzer Zeit, und ja, viel Spaß bei Dialog. Johannes Tietz